Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind unterwegs heute auf der siebten Etappe des Saarland-Rund-Wanderwegs. Start ist Waldhölzbach und Ziel ist Gehweiler. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 19 Kilometer lange Strecke so ist, dann bleibt dran. Eige Meue Guten Morgen Deine Kielsen Gemüse Küche Sieg Gemüse Welten Applaus Lauf 7.8 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Opa. 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 Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.